Nee, höchstwahrscheinlich sterbt nur ich, weil ich ja nämlich die Kack-Lanze nicht nehmen darf. Komm, komm, komm. Ich hab eigentlich, glaub ich, immer den Weg außen rum genommen. Gibt's nicht? Konnte man nicht. Schaffte gehen. Okay, hab's. Und wir können abspeichern. Der hat ein Hitlerbärtchen. Hitler? Ja. Der hat über seinem Bärtchen noch ein Hitlerbärtchen. Er hat immer seinen Bart noch ein Bart? Ja. Ich glaub da nicht so dran. Ja, dann guck dir das gleich nochmal an. Ich sag dir das. Ich hab's ja gesehen, aber ich glaub nicht, dass sie das so meinten. Ich glaub, das ist eher sein Mund. Nee, ich glaub, das meinten sie wirklich nicht so. Rechtsradikal, eindeutig. Ja. Ich hab's auch sofort gesehen. Ach man, Rechtsradikal-Counter unten in die Ecke. Ja, genau, den Rechtsradical Encounter. So, ich hab das Schwert. So. Berti. Oh, jetzt noch das Schwert. Klar. Okay, geht der. Guck mal, ich steh in ihm drin. Ich guck ihm ganz genau auf die Finger, dass er auch nichts falsch macht. Das neue Schwert ist wunderschön. Weißt du, das ist toll. Wir kriegen aber nie einen Mana-Hammer, ne? Das Schwert, ne. Das find ich auch schade. Oh, Mana-Axt. Ich muss jetzt erstmal mit meinem coolen Schwert abhauen. So, jetzt müssen wir erstmal Geld kriegen, damit wir die Show angucken können, ne? Ja. Er tanzt sogar Pogo. Ja. Pogo-Puschel wurden ja auch danach benannt, ne? Ja. Die Atzen würden sich freuen. Okay. Ich Community-Prophe instOP. Das sind letztlich wirklich coolen Schwert-Pальные-Chocke. Willst du, dass du dich kopiert. Ja. Und geh ins K machines planned. Ich geh's ins Copy rein. CheatFire. Be Von eine Läge, die wir الا von nous边. Und ich habe meinen Schlag wieder benutzt, meinen aufgeladenen Schlag. Und ... Und wie ich das kann, das hast du doch gesehen. Ja, hab gesehen, dass du vergiftet wurdest. Oh nice. Truhe, Truhe, Truhe. Mist. Mist, keine Zeitbombe. Oh verdammt. Mist, jetzt hast du die Zeitbombe bekommen, sonst scheiß. So, mal sehen, ob ich den Koblen jetzt schaffe. Hast du gesehen, ein Crit? Oh, fick dich doch. Ja, du hast ein Level ab. Ja, fick dich, ich wollte ihn töten. Ist ja geil. Nee, ach, warte, hier kommt noch ein Kass. Noi. Er pennt noch. Hä, hat mir gerade einer auf die Schnauze gehauen? Alter. Ja, jetzt bekommst du auch die Schnauze von ihm. Das kommt wieder Klaue, machst du mehr Schaden. Ja, ich bin ja auch ein Junge. Wo kam der denn her? Der ist da eigentlich wohl, aber... Ja, man hat ihn vorhin auch schnarchen hören, aber... Ja. Ich bin ein bisschen nach oben gehauen. Stand ist irgendwie nach oben. Ja, das habe ich mit Absicht gemacht, um ihn zu verwirren. So, kurz nachgucken, wie viel haben wir jetzt mittlerweile? Ich esse Schokolade. Das reicht. Ich glaube, wir brauchen... Brauchen wir nicht 150? Oh, warte. Nee, ich glaube, das reicht. 50 für die Schuhe, 50 für die Probeutin. Geh mal kurz raus, dann kannst du. Kann ich was essen. Das liegt aber irgendwie wirklich am Emulator, dass das dann so performance zieht. Ich werde, wir schaffen den Boss eh noch nicht, aber... Dafür speichern wir ja. Vielleicht liegt das irgendwie an Netzwerkkonfigurationen vom SNES. Dass er irgendwie aus dem Netz was versucht zu machen. Muss ich mal gucken. Also irgendwie... Ich habe, glaube ich, auch einen anderen, ja. Ach, wollen wir jetzt wieder trainieren? Ach, ich bin aus Reflex-Trainieren gelaufen. Ähm, ja, wir wollten jetzt zur Kurveuil, ne? Mhm. War das hier oben? Ähm, nein, an der Seite. Ach, nee. Hier ist die After-Show-Party. Ich bin ja mal hier, war das. Ja? Ach so, man konnte sich ja hier... Ich versuche, ich versuche, jetzt hat er den Schlüssel. Was? Was? Fehlen die O's drin. Wo's? Wo's drin? Schauen Sie, ein gelber Poke-Puschel. Ja, war das. Oh mein Gott. Das habe ich ja noch nie gesehen. Äh, schwul. Zehn gestandene Männer haben es nicht. Kann sogar Poke-Tatsen. Oh, geil. Geil. Wie die das abfeiert eigentlich, ne? So dumm. Vor allem macht er nichts. Jetzt hast du es. Die traurige Koboldin. Ich habe früher immer gedacht, das wäre ein Junge. Weil da ist ja halt irgendwie so... Auch die Dialoge, was er gesagt hat, das klang nicht so Mädchenhaft. Ja, ist irgendwie... 500.000 Goldmütze, die haben wir dabei. Nochmal ein Flachwitz. Ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, ne? Haha. Oh man. Monaco ist ja, hier macht sich die Rezession bemerkbar. Naja, ich wollte immerhin ihm helfen, ne? Mal sehen, ob er jetzt schon... Und vielleicht, anzeigen wir, hat er fast geweint. Oh, ein schlechtes, ein gutes Team. Ach, jetzt doch mit verteilten Rollen. So, und jetzt bin ich wieder da. Ich habe ja beide geredet. Nein, Spion hat alles gehört. Äh, also, wir... Sie braucht das Geld wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Kobold-Siedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten ihm nur Geld für den Heimflug besorgen. Schlau, oder? Komm, gib ihm sein Geld zurück. Weiß, wie langweilig ich spüle, der war. Hier. Hast du dein Geld wieder? Bisschen Alzheimer, der Typ. Was wollte ich eigentlich sagen? Hier. Äh. Hast du dein Geld wieder? Ja. Tut uns leid. Wieso mir nicht? Hä, was tut mir leid? Ich habe das schon wieder vergessen. Du musst drücken, Idiot. Ach so. Wieso mir nicht? Nee, 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 nee. So, ähm, mal sehen. Ich wette, wer... Ich glaube... Warte, ich nehme für den... Ich nehme die Lanze, weil sonst treffe ich den, glaube ich, gar nicht. Ja, ist besser so. Ey, wie geil das wäre, wenn er jetzt morphen würde. Was zum... Was zum... Da muss ich erst mal die Alte runterschopseln. Was ist das? Nix. So, ich... Dann mal hier, wer kommt denn hier runter? Und kurz aufpassen. Da gerade wenn ich an. Bam. Ja, ich sage ja, du lasst dich nicht von den Kürbissen treffen lassen. Tue ich auch nicht. Fuck. Aber wie schnell die auf einmal sind? Du... Du... Bingsst es mich übrigens, wenn du zu weit erklappst. Ja, du bist... Alter. Du weißt, dass der Kürbis mich verfolgt hat, ne? Und nicht dich? Ja, aber wenn er auf mich fällt, dann bin ich trotzdem getroffen von dem Scheißding. So. Und jetzt... Komm, aber du bist nicht mal auf dem Bild drauf. Ja. Ja. Ja und, wen interessiert das? Er sagt, ah, okay, wir müssen haltetig leveln. Zumindest den Level 2 Schlag brauche ich. Sonst wäre das nix. Und ich nehme die Lanze. Nicht beim Leveln. Doch. Sonst bin ich ja nicht mal auf Stufe 1 mit der Lanze. Ach, bist du noch nicht? Nein, deswegen wollte ich ja die Lanze spielen. Alter. 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 Oder? Alter, ihr seid ja spastisch. Alter, ihr seid ja spastisch. Ich guck mal eben. Ich guck mal eben. Die Waffenlevel? Ne. Okay, fast. So, und jetzt... Episch geil... ...die Scheiß Lanze anlegen. Die macht weniger Schaden? Ja. Warum willst du sie denn leveln? Weil... ...ich mit der Lanze treffe. Im Gegensatz zu den... ...Päusten. Weil die keine Reichweite haben. Minus. Ist ja aber schuld. Ah, Peanuts Waffenlevel. Nein, warum rechten Reihen? Und was ist jetzt auch denn der Level-1-Dings? Ne, ich mach sie noch schnell zum Pogo-Puschel. Auf 45 Schaden. Ohne Crit. So, ich überlebe das bestimmt. Heilkräuter. Nett. Ja. So, und jetzt muss ich wieder die Scheiß-Klaue anlegen, ne? Die gerade mal sechs Schaden mehr machen. Wollen wir nicht mal irgendwie lieber uns heilen gehen? Ja, nein, wir hauen die noch um. Ja, du vielleicht. Oder eher dich. Ja. Du blockst mich. Komm. Du bist tot, Idiot. Du bist ja immer so viel Scheiße. Alter, was machst du denn hier? Meine Güte. Ah, ist schon fast zu gut gewesen. Aber solltest du vielleicht nochmal üben. Ach, Quatsch. Wir sollten jetzt nochmal Equipped kaufen. Ja. Ja, eigentlich brauchen wir sowieso nur 50 Goldmins für den Eintritt. Ja. Und die Motze hier geben eigentlich ganz gut Geld. Ja. Und spätestens bei der Extrature brauchen wir eh besseres Geld. Ja. Ja, besseres Gerät. Ne, besseres Geld, sagt er. Ach, besseres Geld. Oder wollte ich es zumindest sagen. Was, besseres Geld? Dieses Geld ist mir nicht gut genug. Ich möchte ein neues haben. Ja, dieses Geld schwitzt nicht. Dieses Geld wird nicht müde. Oh. Aber wir brauchen erstmal sowas hier, ne? Eine Dornweste für dich. Ja. Auf die Spanwelle. Oh, die, 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 die Helme. Der Eisenhelm ist nicht ganz so geil. Aber die, warte. Der kann auch gleiche Müsse aufsetzen, alles. Ich glaube alle. Die Kobolde. Ach, die Kobolde. Ja, das ist beides für die Kobolde. Das können alle tragen. Und das kannst nur du, glaube ich, tragen. Das können alle tragen. Das auch. Aber das hier ist besser. Ja. Ist gerade anwandt. Wir sparen, glaube ich, erstmal auf das hier, damit du auch überlebst. Ja. Guck mal, der hat doch ganz eindeutig da so ein schwarzes Bärtchen. Das ist sein Mund. Er hat doch auch schwarze Haut. So sagen, alle Schwarze sind Hitler oder was, weil sie schwarze Haut haben, wo ein Hitler-Bart sein könnte, wenn sie einen roten Bart drüber hätten. Du verwirrst mich. Spiel einfach. Ich würde gerne, aber du lässt mich ja nicht. Wieso leistest du die Treppe zurück? Wieso bist du auf einmal hinter mir? Na toll. Gutes Timing, Kevin. Das hat jemand gehört. Was hast du denn da für einen Move gemacht? Hast du das gesehen? Das muss ich mir nachher nochmal angucken. Hä? Okay. Das zeige ich dir nachher. Ich muss bei 27 war das. Ungefähr zumindest. Ja. Noob. Ach, Quatsch. Ausgleich, ein Arschlach. Ja, unterbrich mich halt. Er hat Copy gemacht. Ja. Aber es ist mir, dass ich mir nicht anhayım. Und ich bin, dass ich da nicht dringend bin. Und dann kann ich mich nicht mehr tun. Und ich bin da.